da betten sie mal wieder einmal so und einmal so und jetzt bräuchte kraftikel abneuert das wäre jetzt echt mies gewesen jetzt hätte ich dir vor den kraftikel während dem kraften abbauen können ja das bin ich ich bin ein bad boy so so das singst du da hallo ob es das war das da so erst mal so eine kleine Grattelbude wie in jedem LP so aber wenigstens leckte es aber jetzt nicht so wie es Werkzeug außer nach hau so ich habe jedes Werkzeug außer nach schaufel insgesamt momentan weil ich in der hoheit schon gebraucht hat für mein Feld kein Kaktus ich will die Druckplatte so dann kann ich auch mal hier ein bisschen Zeug reinlegen das ist so noch nicht brauche und ein das nehme ich mal mit das nehme ich mit das dringend wo ein Trauer oder zuckerrohr kann ich anbauen und monster baum die dritte weizen kann weg zorn kann weg leitern können wir gesetzten auch erde er nehme ich immer mit so und das kann weg die fackeln kann auch weg und das auch ja es ist so passen so alles was mich dabei habe ich jetzt in der unteren Inventarleiste und Blubblub das Zuckerrohr steht Stab so ich hab schon wieder das hinabgeworfen irgendwann stirbt es noch mal weil das so scheiße rumrennt schon wieder Alter Hör mal auf so rum zu rennen sonst treff ich dich noch mal mit dem Ei und irgendwann verreckst du ich komme noch mal zwei Samen das ist so was sie haben gerade die 3 Gräser einfach mal hintereinander Samen getrockt hallo du Kuhn Kuhn so das ist geil ey gehst du wohl da raus ja dieses eine ruhmrennende Huhn nervt echt Maa muss ich da jetzt ernsthaft so machen Alter kommst du mal da raus ach nee ey ich hab einen Erdblock über mir hingestellt so dass ich Schaden bekommen hab oh nein nein ja geh wieder schön da rein schön da rein gehen hier komm brav wieder her nicht weglaufen du schockt warum sind diese Scheißhühne einfach wie die Bekloppten für dich herum ok ja komm komm schön brav rein ja 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 n ja noch mal das das schaffst du das schaffst du nein anrufen eben auf die Rampe hier hier ja 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 komm nein nicht in meinem Haus wenn du mein Haus gehst dann stirbst du so hier auf die Rampe auf die Rampe maa ey ok 3 2 1 stirb bam tot das hat's verdient oh ich hab schon mein erstes Flünstel um da muss ich hier noch gleich mal gesellschaftlich in jahren lässt sich die gleich mal gesellschaft mehr schaufel da kann ich mir leider nur als leisten momentan holzschaufel so 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 was das denn höh lol Adam also soweit ich weiß Adam Adam ja die wollen uns verarschen also ich finde es richtig scheiße die haben jetzt zu zweit angefangen sind mit dem Chef Adam Adam das geht nicht Adam Adam wir sind gerade in der Aufnahme Adam hallo hallo kannst du uns hören wir sind in der Aufnahme so ein Scheiß was kann ich dafür wenn ich jetzt noch keine Zeit habe hallo 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 der kann uns nicht hören was macht er was macht er der kann uns nicht hören so will der uns verarschen schreibt mal kurz was im Chat ok alter die wunderschöne hallo ja wir hören dich hörst du uns hallo hallo schreibt mal im Chat dass wir ihn hören dann nehmen wir ihn jetzt auch mit rein dann kann er auch drauf älter und den Mann die hört man gar nicht ne äh wo ha 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 so die sind mit einem Minus also beschäftigt boah nein nur noch zwei Herzen älter jetzt bei bei den Sänen ein sehr wichtig ich habe ich habe drei Eisen ich kann mir eine Eisenhacke machen ich hallo könnt ihr uns hören warum habt ihr ohne uns angefangen wir hatten ausgemacht um um 12 um also also wir hatten aus und eigentlich um elf wir sind gerade in der Aufnahme ihr könnt ihr könnt einfach ja ich kann jetzt auch rein ihr könnt einfach rein sollen ja wir haben jetzt schon angefangen wir können euch Kartoffeln, Karotten, Weizen geben wir haben nämlich ein Wüstendorf gefunden geil ja und ich habe auch schon eine Bude kannst bei mir Asyl haben vielleicht ich habe euch dauernd reingeschrieben ja wir haben euch die ganze Zeit reingeschrieben wir haben um viertel nach elf haben wir angefangen auf euch zu warten ja nett von euch ja bitte ja danke sorry aber wir sind volles Chaotenteam äh ne echt jetzt ne gar nicht ne wie viel Fall habt ihr schon aufgenommen? wir sind jetzt gerade in der vierten sollt ihr mich jetzt verarschen? was? hallo Adam Adam wir sind in der Aufnahme ist komisch, ist komisch, ist komisch Gast LP ist da juhu seid ihr? ich bin auf Bäumen gespawnt ja, Marty holst du ihn mal kurz ab? ja, Marty ne ich bin halt gerade in der Aufnahme sag mir die Koordinaten warte ähm Koordinaten x 339 y y 64 und äh z mit Monstern achso äh ne äh 339 auf x und auf z äh 401 ey äh bei mir geht das nicht gell? hä warum nicht? ich hab bei mir geht also das ich hab's Wütschendorf gefunden gut ähm ich hol dich im Wütschendorf ab ich hab ich hab nur noch ich hab nur noch ein Herz und keinen Hungerbalken ich mach mir jetzt mal Brot ganz einfach Alter sag mal wieso habt ihr schon angefangen? ja weil wir haben's voll wir haben voll lange auf euch gewartet aber das müssen wir jetzt nicht in der Aufnahme klären, oder? nee das klären wir nachher dann sag so äh bei mir geht locker da können wir quatschen die scheißwüstenbewohner hey ja die sind auch voll behindert die machen immer so hallo ja hier lock mal hamachi nicht funktioniert ach ach kacki ist schau im Skype-Gespräch da hab ich alles nochmal reingeschrieben ich kann das nicht öffnen da ist auch noch eine Felder da hier lock mal hamachi das wäre beiträglich also hey da ist ja da Schokolade hallo guck mal das ist mein Haus und meine Hühner und mein Feld bist du Druck auf einem Schlag? nein jetzt nicht mehr hier ich hole mir das Holz da steht bei mir die Verbindung mit der Engine konnte nicht hergestellt werden ist ja hä? warum? wie? warte hast du ne Axt, Robby? ja aber nur eine ja dann gib mir die mal, ich brauche Holz ich kann ja ein bisschen was geben, komm her das ist dieses hier nein ich hole Birken, weil es ist eh viel geiler ok warte habe ich Stein nein ich hab keinen Stein ich komme dieses hier dieses hier ist eh eh viel geiler als die alte die weg ist nicht mehr ja aber ich hab grad so'n richtig geiler um zu hochgedrückt pass auf, ich hol dir guck ich kann's nicht mal öffnen, Marti kann's nicht mal öffnen, Marti ich ich hol Stein, dann kann ich dir ne Steinachs machen aber ich kann's nicht öffnen oh meine Fresse, das ist ja geil du kommst